ja beim jetzt auch ultra lange geladen aber ich schätze mystique irgendwie am update au der kack vogel mit seinen kack steinen schon wieder ich raste aus was ist das links und rechts vom inventar diese neuen symbole du bist ein mutiger pionier zu hause den haken ist ein freund in der fluss aneinander richten ist das wieder zu sagen wenn du hast du noch mehr zieht sich hier müssen müssen wir die andere seiten finden okay gar nicht haben eine mission von die gegenstelle null okay seid ihr ready an einer die dinge mit wasser befinden habt ihr zwei flaschen du blödes kackvieh ich werde ich werde die morgen weil die hat das ist jetzt nämlich funkturm ja das ist funkturm 8413 wenn wir da draußen wird wahrscheinlich die seite bei uns im tagebuch auch lesbar sein aber das finde ich ganz cool okay wirf den anker anker gelicht äh ne anker geworfen so okay hier was ist das hinweis neuer die neue teats entfügt ja radio tower oh hier fette story jetzt januar ich wünschte ich wüsste wo wir waren dass wir einen ort hätten auf den wir hinweisen könnten außerdem funkturm in der ferne 12 16 8 scheiterten heute nach drei tagen testzeit zwölf 16 8 scheiterten okay was ist das kenn der 16 erbrannte heftig und schnell dass er sich direkt durch den lassen schachtfraß seine nutzlast sank in den ozean heiß genug um 100 jahre zu brennen vielleicht müsste man hier mal tauchen sparrow überprüfte ey captain jack sparrow ist auch am start die 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 diese haufe sportler hat uns einfach herumgeschobst aber wir haben okay das sieht jetzt auf jeden fall anders aus ja was wir schon überall drin ich habe es nirgendwo drin weil sie schon weiter oben oder was ja hier ist noch ein hinweis neue notizen zugefügt alles kommen blättern trace 8 januar der notrufwort empfangen trace erstellung des berichts sprach unbekannt malaysisch kohl karl karikan 2. februar komm ist tot schütze in der ferne langarua 4. februar niemand spricht malaysisch so schnell um es zu verstehen kota janga kota janga jetzt haben wir als tarigan fand einen trockenen ort wir gehen das wasser steigt uns das finden bei witzel es tut mir leid achte mir als mike wenn du das liest geh nach bei barboa wenn es immer noch über wasser ist vorrede in der speisekammer ok wir müssen nach bei boh jungs noch ein bisschen du kannst jetzt erforschen neue stilllampe achte ah ok habt ihr gesehen oh neuen tits holy shit wenn du verstehen kannst was du liest ist das nicht das ende dim 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 fireball hey was hab ich gerade da hingebaut du blöder kackheit fireball fireball what the fuck ach ich hab schon ewig nicht mehr geguckt wo wir hinfahren wow toll wahrscheinlich schon vorbeigefahren oh wow mit dir ok bevor wir finished sind also nicht mehr sind vorbeigefahren ne wir sind ne wir sind daneben sozusagen oh holy shit holy shit holy shit das ist die insel mit der jacht ja weißt der scheiß ok ich muss bestimmt das mal im inventar das ist wie ich war das nochmal was milch gibt die ziege das ist die ziege ok was ist die frage oder habt ihr hier gerade gemolken ich habe richtig die euler gemolken ne ich hab keine warum lud ich jetzt schon wieder jetzt hab ich das ganze etage wieder voll der scheiße ich muss mal luden ich bin zufrieden oder ach geh wir drauf oder was noch dabei ah gott ich bin fest oh ist ziemlich dunkel auf dem war hier hat jemand dabei ne jetzt können es sein dass hier die raten sind ne können wir wollen wir uns vielleicht grad schlafen legen Oh ja, good point. Lass ihn schlafen legen, dann hast du es tot. Okay, erster Mann, links frei. Ich gehe rechts rum. Langer Gang. Clear. Die rechte Seite des Ganges. Charge. Das ist richtig dunkel, Alter. Oh, hier kann man auf jeden Fall Schrott aufsammeln. Wir haben noch mehr Schrott. Ich habe hier gerade irgendeinen Hebel um. Habe ich gerade das Licht angemacht? Ja, hier beim Schreibtisch. Hier ist Notiz. Was ist das für Notiz? Mit dir liest du vor? Ich weiß nicht, wo wir sind oder ob dieser Stöpsel halten wird. Wir haben versucht, das Loch zu stopfen, aber das Wasser steigt immer weiter an. Der Probella macht ein seltsames Geräusch und ich glaube, Matti hat den Motor geflutet. Signal hat die Signalfackeln abgebrannt und Philp hat Musik gemacht, so laut er konnte. Ich glaube nicht, dass einer von uns weiß, was er tut. Ich werfe heute gleich das erste Mal heute Abend von Bord, was? Ich werfe das gleich als erstes, oder was denn? Ich werfe das gleich als erstes, heute Abend von Bord, was? Vielleicht die Musikgängs oder so? Vielleicht wird die Strömung es schaffen, wer auch immer du bist, finde uns bitte. Ich habe eine Karte gezeichnet. Ich hoffe, es hilft dir wahrscheinlich diese Notiz oder so, aber anscheinend hat es ja doch nicht runtergeworfen. Nice, nice, nice. Hey, wir müssen Kies finden, guys. Kies, 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 wir walken Kies. Was für Kies? Wir wollen Brechstange. Wir wollen Brechstange. Was ist das denn für ein Viech? Wo seid ihr? Ich will aussehen. Was seid ihr? Wir sind oben. Wir sind im Beutel Ringelschwanzratte. Ja, genau. Wie, wo oben? Ich komme nicht hoch. Wie seid ihr hoch? Wo bist du? Wo seid ihr? Hilfe! Du bist beim Pool. Dann lauf doch mal nach vorne. Stell ich mal da hin. Nein, da so. Wo seid ihr? Okay, easy. Habt die Tür aufgemacht, ich kann rein. Alter, Schwede, ich habe ein bisschen Angst hier. Könnt ihr runterkommen? Hilfe? Kannst du... Kann hier nochmal vorne einer die Türen aufmachen vielleicht? Oh fuck! Ich habe Angst. Ich komme da nicht mehr hin. Hol der Horrorfilm hier. Sind die heftig? Schlecht sie ab. Die haben Fleisch. Ja, wir haben bestimmt Gammelfleisch, wenn nicht. Ja. Ne, geht noch höher sogar. Oder kommt man da hin? Wir nötig Bombe. Alter, das heißt Personal only. Könnt ihr vielleicht die Türen auch öffnen, wenn ihr schon... Wo war das mit der Code-Karte? Soll ich das hemmliche gesehen, natürlich? Äh, eins weiter unten. Geist, ich weiß nicht, wie es dunkel ist bei euch. Aber bei mir ist es fucking dunkel. Ich sehe gar nichts, ey. Aua. 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 Wo bist du überhaupt? Im Badezimmer. Wo seid ihr? Was für ein Badezimmer? Weiß ich nicht. Oder hier ist noch was dunkel. Wie seid ihr da hingekommen? Ich weiß es nicht. Ich find mich hier nicht zurecht. Ja, ich merk schon. Du hast das Gefühl, ich laufe im Kreis. Oh, hier ist noch eine neue Tür. Oh, hier ist ein Safe. Die ist schon wieder so eine Ratte. Stopp it. Oh Gott. Ich hab kein Speer mehr. Ich hab kein Speer mehr. Ich hab kein Speer mehr. Und ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Weg dir! Hör auf zu looten! Ich hab auch kein Speer. Hier, spring aufs Bett. Raten können nicht springen. Nice shot. Ich muss tanken eigentlich, wenn man ihn braucht. Ich weiß nicht, wohin ihr seid. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich hab auch keine Plankmalen mehr. Ich kann kein Speer bauen. Oh Gott, wir werden sterben. Oh Gott, wir werden alle sterben. Aber nein. Oh Mann. Resoli hat gesagt, wir sollen zwei Speer machen. Wir haben nicht gehört. Meiner ist nicht kaputt gegangen. Meiner ist nicht kaputt gegangen. Ja. Krass, Noob. Kennst du auch wie ein Mädchen. Wie ein Mädchen? Ich hab wahrscheinlich mehr Ratten getötet als du, du Flaschen. Speckt das Fleisch überhaupt von den Ratten? Äh, der Hai ist gerade hier bei mir. Holy shit. Und hat daneben gebissen, ey. Opfer. Und das unter... Au, 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 a. Aua. Ich hab aber hier war nichts Besonderes. Kann ich jetzt hier noch hochklettern? Nee. Ich glaube, wir sollten nochmal ganz runter. Wie der Dunkelkammer. Du lässt dir schon wieder vom Chat helfen. Nee, das so ist das überhaupt nicht. Das hab ich ganz alleine vermutet. Mhm. Da kam dir ein Geistesblitz namens Johnny. Lüge. Ich kenn keinen Johnny. Keiner weiße. Wir bräuchten nicht ne Brechsteine, glaub ich. Gott, der hat ne. Also, von euch hat keiner ne Brechsteine gehabt im Ausprobier deiner Tür, ne? Das aufzumachen. Nein, wir haben keine Brechsteine. Auch nicht zufällig aufgesammelt. Wenn wir die Brechsteine... Nein, ich hab nix. Wie gesagt. Nicht, dass zufällig aufgesammelt wurde, weißt du, und dann, äh... Man kriegt's nicht mit, oder so. Zwei mechanische Teile haben wir gefunden, die Gegenstände, aber keine Brechsteine. So, Tisch hier. Hm. Tisch, keine Brechsteine. Tisch, keine Brechsteine. Tisch, keine Brechsteine. Und ganz oben war der schon. Ja, also von außen, ne? Kannst du halt hoch auf, aber... Damn. Hier ist keine Brechstange. Die sind aber weg. Sehr witzig. Wusstet ihr jetzt mal den Haifischkopf tragen können? Ah, mh, mh, ne? Wir werden auf jeden Fall, glaub ich, eh gleich jetzt aufhören. Erstmal mit Raft. Und, ähm... Vielleicht kommt dann in den nächsten Tagen Hotfix. Ja. Oder irgendwas in der Richtung, und dann... Schauen wir mal. Einfach so, ähm, so nests da liegen. Aber trotzdem wieder auf das Angebot. Mal gucken, vielleicht wird die nächsten Tagen Batch kommen, und dann können wir hier vielleicht weiterspielen, hier. Ja, dann lasst uns doch für heute beenden. Ja. Und dann schauen wir die nächsten Tage nochmal weiter. Ja.